Hallo, wir zwei sind Susi und Kerstin vom Eiskaffee am Altmarkt, das mittlerweile seit 20 Jahren von unserer Familie betrieben wird. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser Eis selbst produzieren und sind mittlerweile ein beliebtes Ausflugsziel für die Erzgebirge geworden. Unsere kühlen Köstlichkeiten könnt ihr das ganze Jahr über bekommen und jetzt, entsprechend der kalten Jahreszeit, haben wir das Angebot ein Stück weit ausgeweitet. Es gibt frische Waffeln, heiße Schokolade, Glühwein mit und ohne Schuss oder einen leckeren, selbstgemachten Eierpunsch mit ordentlich umdrehen. Und wir haben auch noch einen kleinen Tipp für euch mitgebracht, was ihr zu Hause einfach auch machen könnt. Das ist unser Bichtelpott, der ist sehr beliebt. Ein roter Glühwein mit einem Schuss Amaretto, einer kleinen Sahnehaube und einer Prise Zimt obendrauf. Lasst es euch schmecken. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Rohweinladen. Und nun die Gewinnfrage. Welches Gewürz darf in der Weihnachtszeit nicht fehlen?